Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einer neuen Folge The Last of Us. Was in der letzten Folge passiert ist, seht ihr jetzt. Sie sind ein kleines Mädchen, was nachts aufwacht und ihren Vater sucht. Sie kann ihren Vater nicht finden, sieht dann aber in den Nachrichten, dass es irgendwelche Explosionen in der Stadt gab, Explosionen in der Nähe von ihrem Haus und dass ihr Onkel versucht, ihren Vater zu erreichen, der aber nicht da ist und somit nicht ans Telefon rangehen kann. Ihr Vater kommt dann rein, sehr hektisch, angegriffen von einem irgendetwas, was eine Art Tollwut hat. Wir wissen, es ist ein Zombie und er schießt es. Wir fahren, wir fahren, wir fahren, wir versuchen zu flüchten. Es klappt nicht. Bam, zack, wir sterben. Das Mädchen stirbt. Wir sind jetzt der Vater. Der Vater, 20 Jahre später, nachdem die Zombie-Apokalypse ausgebrochen ist und es verschiedene Gesellschaftsgruppen gibt, mit einer Regierung, einer Terrorgruppe und so weiter und so fort, versucht eigenständig auf dem Bein zu stehen, hat ein, zwei Freunde, mit denen er Waffen und sowas angespart hat. Die Waffen versucht er gerade zurückzubekommen. Die haben sie nämlich verloren. An den Typen, an dem sie die Waffen verloren haben, den haben sie schon gefunden, haben Rache vollzogen und ihn umgebracht. Jetzt sind sie mit einer Dame unterwegs, die von der Terrororganisation ist, von der es nicht mal viele Leute gibt in dieser Terrororganisation. Die haben deren Waffen und die haben jetzt einen Deal ausgemacht, dass sie die Waffen zurückbekommen, wenn sie ein Paket aus der Stadt rausbringen. Und dieses Paket ist ein kleines Mädchen und mit diesem kleinen Mädchen werden wir versuchen, aus der Stadt rauszukommen. Und da sind wir mit dem kleinen Mädchen, von dem ich gerade gesprochen habe. Okay, ich muss ein bisschen wieder reinkommen. Ich muss kurz gucken. Gowori, dankeschön, danke. Besser Mann, Gowori. Okay. Oh, ich habe Schüsse gehört, aber... Was war los? Die Fireflies. Das wird uns auch passieren, wenn wir auf der Straße bleiben. Du bist der Boss. Philipp. Ich folge dir nur. Lol. Der ist gefallen. Gowori, danke für dein Gifted. Gowori, besser Mann. Komm mit. Komm mit mir mit. Wir müssen hier lang. Achtung. Unterstützung ist zu verhandeln. Bringen Sie sich nicht in Gefahr. Zeigen Sie verdächtige Aktivitäten sofort an. Nein. Wir kommen hier nicht raus. Vielleicht gehen wir auch gerade falsch. Hier lang. Komm mit, Mädel. Hier runter. Los, mach ihn. Ja, doch. Psch. 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 Oh mein Gott, Digga. Achtung. Die Unterstützung gesuchter Krimineller wird mit der Beste besorgen. Ja. Ist verstanden. Bringen Sie sich nicht in Gefahr. Zeigen Sie verdächtige Aktivitäten. Geh lang. Komm. Hier oben. Da hoch. Da kommen wir zum Nordtunnel. Wie sollen wir da hochkommen? Wir brauchen irgendwas. Hab nur kurz Geduld. Wir müssen irgendwie... Aha. Perfekt. 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 Bamm. Geschafft. Komm hoch. Komm hoch, kleines. Oh, sie... Oha. Wie krass ist sie denn? Wir haben es gerade so geschafft. Wie... Okay. Besser so, als wenn sie schwach ist. Immer umgucken, das ist wichtig. Ja. Ja. Auch Illegales? Nur Illegales. Auch schon mal ein Kind geschmuggelt? Jetzt. Nein, bisher nicht. Was läuft da eigentlich mit dir und Marlene? Ich weiß nicht. Sie ist eine Freundin, schätze ich. Eine Freundin, ne? Du bist also befreundet mit der Anführerin der Fireflies. Wie alt bist du? Zwölf? Sie kannte meine Mutter. Und sie kümmert sich um mich. Und ich bin 14. Auch wenn das absolut nicht wichtig ist. Wo sind deine Eltern? Wer hat überhaupt noch Eltern? Sie sind tot. Schon sehr lange. Die Arme. Und anstatt zur Schule zu gehen, haust du lieber ab und gehst zu den Fireflies. Man kann zur Schule gehen? Hey, ich darf dir nicht sagen, warum du mich schmuggelst, wenn du darauf hinaus willst. Weißt du, was toll an meinem Job ist? Ich muss gar nichts wissen. Um ehrlich zu sein, interessiert es mich einen Scheiß, was du vorhast. Na toll. Gut. Digga, was ne Aussicht. Oh, oh. Hier ist es. Das ist unser Versteck? Kowori, danke. Danke für die zwei Gifted. Rollo 1300. Was soll das denn werden? Zeit totschlagen. Oh, und was soll ich jetzt machen? Auch Zeit totschlagen. Ich bin sicher, dir fällt irgendwas ein. Deine Uhr ist kaputt. Nein. Die soll so sein. Oh, Digga. Die Uhr von seiner Tochter, die kaputt war. Er zieht sie immer noch an. Du redest, wenn du schläfst. Ich hasse Albträume. Boah, wie geil das aussieht. Mit dem Regen, Chad, Chad. Ich hätte fast Schatz gesagt, so Chad. Weißt du, so nah war ich noch nie dran. An der Grenze. Und wie dunkel es ist. Draußen kann es nicht schlimmer sein. Oder? Was zum Teufel wollen die Fireflies von dir? Hey. Sie ist immun. Hat etwas gedauert. Hat sie etwas? Wie geht's mal Ihnen? Sie ist immun oder so. Sie schafft es. Ich habe die Ware gesehen. Es ist viel. Wollen wir? Ja. Dann los. Okay, let's go. Wie machen wir nochmal das Licht an mit E, ne? Wie machen wir nochmal das... Oh, sorry, sorry, sorry. Ich muss ein bisschen wieder reinkommen, kurz. Okay. Was ist denn los? Findest du es nicht komisch, dass sie uns die Arbeit überlassen? Marleen wollte es selbst machen. Wir waren nicht erste Wahl. Sicher nicht mal die zweite. Sie hat viele Leute verloren. Da blieb ihr nichts übrig. Das heißt, es sind viele an dem Job gestorben. Ja, aber vielleicht lebt doch einer, der uns bezahlt. Da wird schon jemand sein. Okay. Komm mit. Hier rauf. Ich kann es nicht betätigen. Ich muss den erst aktivieren hier. Mann. Die rauf. Mann. Oha, ganze Stadt hört. Ich würde das Licht ausmachen, Chad, aber da werde ich müde. Wir machen ja gerade ein 24er, das wird mich umbringen. Ich würde einschlafen. Wie? Wie ja sicher! Wenn wir dir was sagen, dann machst du das, okay? Okay! Oh! Sieht wie viel ich aus. Kleine, komm hoch! Sei vorsichtig! Dieser Regen ist nicht gut für uns. Wieso? Scheiße! Ich bin tatsächlich draußen. Sie waren noch nie draußen, oder was? Warum sagt sie das? Hier geht's lang. Los! Los! Keine Dummheit. Los! Bin ich falsch gegangen? Umdrehen, auf die Knie. Oder gehört das zur Geschichte? Oh nein. Du scannst sie, ich melde. Okay. Die Hände auf den Kopf. Hier ist Jamiro auf 6.12. Erbitte Abholung von drei Flüchtigen. Oh nein. Verstanden. Sie ist doch mal so, dass ihr könntet sich richtig lügen. Verstell. Mit genug von diesem Scheiß. Mhm. Wie lange dauert's? Ein paar Minuten. Ich dachte, wir würden sie irgendwie aufhalten. Oh, scheiße. Hier. Oh mein Gott. Hat Walden uns verarscht? Jetzt. Warum schmuggeln wir ein infiziertes Mädchen? Sie ist infiziert, aber immun. Ich bin nicht infiziert. Nein. Was hier lügt? Ich kann's erklären. Dann erklär's lieber schnell. Oh mein Gott, mein Kopf. Seht mal her. Egal, wie es passiert ist. Es ist drei Wochen alt. Nein, man verwandelt sich in zwei Tagen. Hör auf, uns anzulügen. Es ist drei Wochen her. Ich schwör's. Was hätte sie denn davon? Ich bin so schlau. Ich hatte recht. Sie ist immun. Los, schnell. Schnell. Lauf. Lauf. Los. Komm, Mädchen. Oh nein. Oh, jetzt muss ich selbst. Oh nein. Oh scheiße. Weisbote unkommiert sind. Schnell. Wir haben verbrühtes Direktor 12. Wir gucken kein Herz. Was? Okay, Eddie. Auf mein Signal laufen. Signal laufen. 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 Bleib an dem Licht hin. Alice, wir müssen noch mal laufen. Bereit? Ja. Ich bin überall. Ja. Oh mein Gott. Geh runter her. Ich hab so Angst. Meiner ist langsamer als die anderen. Gehen die weg? Oder soll ich ihn abknallen? Nein. Fuck. Oh nein, er sieht mich gleich. Ich muss ihn abknallen. Los, los. Ey, ey, Digga. Das war's. Das war's komplett. Er darf nicht entkommen. Ich höre was. Hier landen. Ich hab kein Medi-Kit. Und auch nur noch 8 Schuss. Ich kann welche hören. Was ist es? Das ist ganz bestimmt die Rache dieser scheiß Firefly. Bestehen Sie sich ehemalig fertig. Ja. Scheiß drauf. Die Klicke erwischen Sie. Moment. Mist. Runter. Los, los. Wohin los? Los, wohin? Alle? Die Klicke. Ich habe es mitzügel. Ja, ich habe es mitzügel. schnell durch geht schon mal durch das wird schwer ich komme ich komme ich komme sie sehen uns noch nicht gehen wir außen rum ich dachte hier liegt irgendwas wir kommen trotzdem rein hat keine waffe jeder schwanz Ey, komm mal gar nicht weiter! Oh mein Gott! Na doch! Mein Licht geht aus, ich muss... Mist, Mist! Fuck, noch mehr Soldaten! Wo denn? Das Spiel läuft noch frei herum! Verfolgung abbrechen und sektuell Bericht erstatten! Ich glaub, Sie sehen uns nicht! Verstanden! Zu den Fahrzeugen! Bleibt im Dunkeln! Digga, das Spiel ist so Nerven auftreiben! Ich rede sogar nicht! Der macht Shoutout an No-Name! Chat-Mods macht vernünftigen Shoutout! Was ist los mit euch? Nein! Sie sind noch da! Wo sind sie? Wir verschnaufen nicht! Wir verschnaufen nicht! Wir müssen weiter! Ja, ich muss echt gucken! Na klar, Boss! Ehrlich, warum redet sie so mit mir? Okay! Wichtig! Eine Schere! Damit können wir jemanden töten! Sehr gut! Da müssen wir vorsichtig sein! Dass wir uns nicht selber schneiden! Aha! Oh, yes! Eigentlich haben wir schon mal sowas gemacht! Wir müssten im Inventar Sachen upgraden können! Rose mit dem Resub im dritten! Dankeschön, Rose! Danke dir! Die Frage ist, ich weiß nicht, wie das funktioniert! Auch in den Müll schauen, Chat! Wir sind uns nicht zu schade! Wir sind uns nicht zu schade! Okay, ich habe, glaube ich, alles durchgeschaut! Gute Nacht, Rose! Schlaf schön! Träum von mir, bitte! Dankeschön! Okay, wir haben einen Medikit! Ah, das können wir uns craften! Gibt's noch irgendwas anderes zu craften? Die können wir nicht aufmachen! Okay! Wir haben alles durchschaut! Wo kommen wir denn hier weg? Hier anscheinend nicht! Hier anscheinend nicht! Hier auch nicht! Ah, hier lang! Komm mit, Leute! Ah! Wir langen durch das Rohr! Ich glaube, wir kommen hier durch! Ah! Äh! Oh, shit! Whoa, 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 TC ... O-oh, whoa, whoa, whoa-oh! Wart! Wart, wart! Herr flot! Kom hin! Sie rufen uns zurück! Zurück zum Wald! Weiter! Kommt, kommt, kommt Jetzt wird's gefährlich Ich hab mein Medi-Kit nicht benutzt, ich Idiot Jetzt kann's gefährlich werden Jetzt kann's gefährlich werden Oh, wir haben uns da so durchgemogelt, Chat Okay, sie sind weg Was war der Plan? Angenommen, wir bringen dich zu den Fireflies Was dann? Marleen, sie Sie sagte, sie Hätten dort eine Quarantänezone Mit Ärzten, die immer noch ein Heilmittel suchen Ja, kommt uns bekannt vor Und das Das, was mit mir passiert ist Der Schlüssel zu einem Impfstoff ist Oh, ich wusste es Ich bin so clever, genau das hab ich gesagt Oh, bestimmt hat sie das Hey, verdammt, Mann Ich wollte das hier nicht Ich auch nicht Tess Was zur Hölle machen wir hier? Es ist, wenn's stimmt Es kann stimmen Ich glaub's an Es kann stimmen Was dann, Joel Wir haben es so weit geschafft Bringen wir es zu Ende Muss ich dich dran erinnern, was da draußen ist? Ich verstehe Leute, bisschen Rücksicht Es ist wegen meiner Tochter Hier lang Wenn wir durchs Zentrum gehen Sind wir bei Sonnenaufgang beim Rathaus Okay Hoffentlich Was ist mit meiner Heil... Irgendwie konnte ich doch Medikit benutzen Hm Hm Hä Sieben Toten Ah Wichtig Guck mal, wie wichtig das war, Chad Leute, guckt euch die Stadt an Verdammte Kacke Alter Zwei Riesentürme, die eingekracht sind Das erinnert mich an was Das ist nicht gut Die sind so groß Warst du noch nie draußen? Was ist hier passiert? Die Bereiche um die Quarantäne-Zonen wurden heftig bombardiert Man wollte so viele Infizierte wie möglich türen Äh, was war das jetzt? Tess, hörst du das? Das ist ein Monster Klang aber als wär's weit weg Mist Das klang nicht als wär's weit weg Das klang als wär's direkt vor uns Vorerst Na los Oh oh Jetzt kommen die Mobs, sag ich Hier müssen wir aufpassen Wie kommen wir hier runter? Können wir doch nicht einfach runterspringen, oder? Hier lang Ich glaub, wir müssen runter Da drüben ist das Rathaus Ja Wir müssen da irgendwie durch Komm, lass uns an der Seite hinlang Ja, ist es Hier müssen wir aufpassen, Leute Hier drüben Oh nein Kann ich hier runter? Komm ich nicht runter Ah, hier lang Nein, nein Hey Tess Komm Hier liegt bestimmt was Oh Mist Nichts drin Kann ich nicht deinen Schlüssel aufheben, oder habe ich den jetzt schon? Wie kann ich nochmal die Analyse machen, Chad? Ob irgendwas in der Nähe ist Das war mit Q Okay, alles gut Guck mal, wofür brauche ich die Sachen? Wer guckt, ich habe so Schrauben und so aufgehoben Für was brauche ich die Sachen? Die meinten doch irgendwie, ich kann mein Inventar verbessern Muss hier irgendwie rüberkommen Hier runter kann ich nicht Kann ich hier an der Seite entlang? Hier auch nicht Mist Kein Ausweg Komme ich hier irgendwo hoch, ist hier ein Leiter Oder hier vielleicht raus Das macht auch keinen Sinn, oder? Macht auch keinen Sinn Damit das kommt noch mit verbessern Okay Das war nicht der richtige Weg Aber hier runter kann ich nicht Also ich muss eigentlich über die Seite Das ist das erste Mal, dass ich nicht weiß, wo ich lang muss Shit, ich brauche jetzt Hilfe Hier musste ich lang Danke, Schütze Gott verdammt Klicker Äh Oh Mann Was ist mit dem Gericht? So sieht jahrelang infektiv aus Äh Wenn man was hört Ich hab's nicht gehört Wenn man was hört, Chat Ich hab's nicht verstanden So orten sie mich Sieht so aus, als würde gleich alles einstürzen Richtig Neue Fähigkeiten Maximale Gesundheit Brauche ich 50 für Dann hab ich neue Fähigkeiten Geil Kopf runter Kopf runter Oh oh Nichts passiert Alles ist total okay Altes Familienbild Immer so traurig Hier schön immer alles abchecken Auch wenn's ekelhaft ist, Leute Wir sind uns nicht zu schade Hilf mir hier mal Oh oh Das wird sie angelockt haben Das kenn ich aus The Walking Dead Das lockt die anderen an Danke Bist du okay? Danke Nicht passiert Jetzt wird's schlimm, sag ich Suchen wir Vorräte Oh nein, ich muss mich heilen Von der Story Scheiße Was denn? Oh, das war heftig Oh, Junge Schreck mich nicht Oh, du sagst das Dankeschön Das war Real Talk Wichtig Ich kann mich nicht mal Ah, ich kann eins anfertigen Der hier ist so unkorrekt, ne? Wegen der Story muss ich mich verarzten Warte, hat sie das auf den Boden geschmitten? Weil irgendwie Hab ich das ja gar nicht bekommen Ich muss es selbst machen Ne Murmeltier Dankeschön für den Giftzapp Boah, das muss ich ja was hochbekommen Geh ich hier raus oder geh ich weiter? Ist zu Wo stand er? Verwende ein Messer Komplettes Messer benötigen Das krieg ich hin Ich hab eins Und jetzt Na bitte Jetzt sag wenigstens, dass es sich lohnt Ne, ernsthaft Hier muss jetzt irgendwas drin sein Das wär unkorrekt Ich hab grad ein komplettes Messer verwendet Okay Ich will was dafür sehen Ah Okay, sehr gut Oh yes Zehn Tabletten Ich brauch 50 insgesamt Um mich zu verbessern Okay Wichtig gewesen Wir können weiter Wir sind schon weiter ohne mich Machen wir, dass wir hier wegkommen Oh, da sind die anderen beiden Okay, runter Ah, wir kommen da gar nicht lang Dann lass sie an der Seite Bro, willst du mir auch ein bisschen den Platz lassen? Oh Mann Och, TK Was zur Hölle, Bro Ist hier wenigstens irgendwas Da oben Scheiße Ja, ich seh schon Irgendwann kommt der Moment Wo es sich richtig gelohnt hat Wenn ich das aufmache Dein Scout Danke für dein Prime Mal sehen, ob's da weitergeht Let's go Pass auf dich auf Kann's angegriffen werden Pass auf Pass auf Einmal kurz abchecken Wichtig Sicher Komm schon, Ellie Gut, Kleine Du bist dran Los geht's Los, komm Sehr schön Witzig Die ist so stark So eine starke Frau Wow Oh oh Nein Jetzt lass mich nicht weiter spielen Ich hab ihn mit dir Da können wir raus, über das Gerüst. Digger, wie schlecht war der letzte Wurf? Fisch! Haha, wir sind hier oben! Hi Medikid, wichtig! Wie jetzt? Nicht wenn ich bei euch im Team bin! Oh mein Gott! Wir sind der Schwerste, bei uns ist das am gefährlichsten. Mal gucken, ob hier irgendwas liegt. Oh oh! Oh oh! Spiral Z, danke für deinen Prime! Oh, das war clever! Traktor, danke! Neue Waffe! Bleib bei dem Mädchen! Ne neue Waffe. Neue Waffe. Du kannst eine Waffe pro Holster ausrüsten. Zusätzliche Waffe. Pistole auswählen. V. Halt V gedrückt und dein Rucksack zu. Oh shit, bro. Jetzt haben wir ne... Ups. Aber ich kann grad nicht wechseln. Komisch. Warte, war hier irgendwas? Einmal kurz abchecken, Leute. Ich hab grad ne super Waffe gefunden, Leute. Komisch, dass ich meine aber dann nicht abgebe. An das Mädel. Aber wir müssen runter. Epa. 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 Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh mein Gott, das waren zu viele. Bruder, der ist so einzukommen, ne? Oh mein Gott, Shit. Warum kommen die mir eigentlich gar nicht helfen, die Wichser? Komm, Ado, an. Das Ding ist, wie haben die mich, wie haben die mich gefunden? Geh jetzt, glaub ich, von der anderen Seite. Geh jetzt. Geh, 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 Geh. Geh, 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 Ge Kommt jetzt her! Wieso kann ich die Waffe nicht wechseln, Chad? Halt die Fresse, Digga! Ich bin fast gestorben! Ja, ich drücke V! Ich muss 3 gedrückt halten, Digga! Und nicht V! Oh mein Gott! Ich muss mal kurz ein paar Sachen sammeln, ja? Ein bisschen Munition, irgendwie. Richtig. Die Medizin ist voll? Kann doch gar nicht sein. Vielleicht beim Craften. Ja anscheinend ja nicht. Wie kann das denn voll sein? Das wollen ich, oder habe ich keins? Ja doch, ich habe keins. Da brauche ich sogar. War hier sonst noch irgendwo irgendwas? Gibt es noch ein Raum? Ne, ich war gerade in dem Raum. Auch voll! Chad, das kann doch nicht sein! Irgendwo muss also irgendwas sein, was ich nicht benutze. Eine Art Inventar oder so. Weil, ich sehe nicht, wo ich diese ganzen Medi-Snacks habe. Mein Leben ist wohl deswegen. Okay. Warte. Ich werde theoretisch die Wache wieder wechseln. Aber es sind mir zu wenig. Patronen. Okay, kommt hoch! Kommt hoch! Kommt hoch! Korrekt, dass mir wer hilft. Da war noch mehr Muni. Da war noch mehr Muni. Da war noch mehr Muni. Hinter dir drei Muni. Ah. Da ist eine Waffe. Oh nein. Wenn ich diese Klicks schon wieder höre, ne? Wäre ich so sauer. Wow. Ich kann ein Messer machen. Dann mache ich direkt eins. Los geht's. Gehen wir es an. Los geht's. Hier können wir durch. Vorsichtig. Ich glaube wir müssen auf die andere Seite. Murmelt dir Dankeschön für den Giftsab. Hamid, du hast jetzt 3% gespielt. Niemals. Ich hab safe mindestens 10%. Was ist das? Ich bin immer Auge offen nach Sachen, die ich mitnehmen kann. Weil ich will echt nichts liegen lassen. Real Talk. Bah, Digga. Der Arme. Riss in peace. Kommt hoch, Leute. Hier lang. Da liegt was. Bitte keine Klicker. Weil da hinten liegt auch was. Oh nein, das ist kein gutes Zeichen. Das war was zum Werfen. Tess. Hier unten. Oh mein Gott. Let's go. Tess, komm. Ich sag, hier ist safe irgendwas. Molotow Cocktail? Molotow. Molotow setzen einen Bereich in Brand. Oh nein, die werde ich gleich brauchen, Bro. Und da werden locker voll viele sein. Da, am Ärmel. Firefly. Ja, die sind vom Pech verfolgt. In der Stadt wie draußen. Na, hoffen wir, dass noch jemand lebt, der zum Treffpunkt kommt. Das wird schon. Ich werde das gleich so dick brauchen, ne? Da drüben, siehst du's? Mann, wir sind fast draußen. Guck, wie viel Spurzester sind denn jetzt viele sein? Ich hasse das. Oh, ich hasse das. Mach ich. Oh Mann. Danke, Diago, für den Weg. Ich hab ne Idee. Kommt her. Kommt her, Babys. Kommt her, Babys. Als ob das nichts gebringt hat. Warum brennt sie nicht mehr? Die sind einfach nicht gestorben. Die sind einfach saurer geworden. Guck mal, wie... Ey, 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 bleib mal da. Hau mal da, Queen. Hau mal da, Queen. Hau mal, Queen, ja. Ey, wie kann das sein? Die sehen nichts. Du musst durch. Ja, ich weiß, ich weiß, aber ich dachte, mit dem Molotow töt' ich die. Guck mal, die kommt schon wieder viel zu nah. Guck mal, die kommt schon wieder viel zu nah. Achso, ich hab jetzt nicht mal mehr meine Sachen. Aber... Ich hab jetzt nicht mehr zu. Oh, 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 oh! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Okay, dann nicht. Noch nicht. Noch nicht. Wo müssen wir lang? Na ja, nochmal. Schön gesagt, Praller. Schön gesagt, Praller. Das war so anstrengend für den Kopf, ne? Ich hör wieder was. Wie kommen wir über diesen Truck? Mal sehen, ob wir was finden. Ja! Ja! Ragnar! Ja, bleib weg! Der Hund! Ahhhh! 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 Easy. Okay, dann mal los! Okay! Dann los! Warte mal, lass ich mich kurz... Wollte ich mal kurz abchecken, ob hier noch irgendwas war. Jawoll! Nee! Okay, jetzt können wir... Kommt hoch! Klettert hoch! Mann! Und ich würde mich gerne heilen jetzt gerade. Schaffst du's? Digga, die ist so sportlich, ne? Maybe... Aha! TREATMENT, CBI, SAFETY PLANT. Okay. Ich bin davon ausgegangen, dass er mir jetzt erklärt, was das ist. Macht er ab und zu, nachdem wir Sachen aufheben. Hat er aber leider nicht. Digga, was ein idyllisches Wetter. Joel, hier drüben. Wir gehen durchs Gebäude. Das lief ja toll letztes Mal. Sorry. Sorry. Ich höre nicht. Okay, beeilung. Oh! Oh nein! Ich weiß! Oh nein! Oh nein! Oh! 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 Und jetzt haben das vielleicht auch welche von drin gehört. Okay, wie kommen wir hier wieder raus? Finden wir's raus. Maybe liegt hier was? Alles abchecken. Und Marlene glaubt du bist immun? Ja. Ah, wir haben jetzt hier ne Werkbank! Tja. Wie kam's zu dem Biss? Man trifft in der Zone nicht auf Infizierte, wenn man sich an die Regeln hält. Ja. Ich schlich weg. Wir können die Waffe verbessern. Ich war auf dem Militärinternat. Aber welche Waffe verbessern wir? Die Revolver oder unsere Standardwaffe, Chat? Welche Waffe verbessern wir jetzt? Ich wurde im Einkaufszentrum gebissen. Es ist doch komplett abgesperrt. Wie bist du da reingekommen? Ich, äh, kannte Wege. Chat. Naja, einer dieser, was ihr Runner nennt, bis zu. Und so kam das. Verstehe. Was sagt ihr Chat? War Maria bei der Revolve verbessern? Nein. Ich bin danach zu ihr gegangen. Erstaunlich, dass sie dich nicht erschossen hat. Nachladetempo, Magazinkapazität, Schlussfolge. Wie es ihr wohl geht? Ich sagte doch, alles wird gut. Ich sag Nachladetempo. Nee. Kapazität ist wichtiger, finde ich. Bam. Wir haben noch 18. Ah, ich muss draufdrücken. Okay, mehr können wir grad nicht verbessern. Okay. Ja, sieht gut aus. Sehr wichtig. Okay, hier ist es gut. Oh nee, oh, ups, 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 ups. das ist doch ganz gut ich hatte da wäre noch irgendwas mal kurz abchecken ob noch irgendwas ist wichtig war hier gar nichts in dem Raum, nur die Werkbank schade schade, Banane, Marmelade Orange das habe ich gebraucht oh mein Gott, das waren 20 Chat erstens können wir uns das hier jetzt nachmachen aber wir können uns jetzt ne, wir haben nur 20 ach, Lauschmodus Distanz können wir verbessern aber warten wir lieber auf maximale Gesundheit oder Fertigungszeit oder Heiltempo ich finde Lauschmodus nicht so wichtig ich würde lieber warten, Chat, Realtalk auf was besseres Realtalk, das ist mir noch zu schwach was hat meine Waffe gerade? ich bin noch auf Revolver ich gehe auf meine normale Waffe Digga, wir haben jetzt 8 Schuss naja, das ist so gut Digga, bei wem sind wir denn zu Hause hier gerade? wer hat denn hier gewohnt? als ob hier nichts ist in dem Raum Digga, muss doch irgendwas sein aha da haben wir das irgendwas let's go zack, bam Messer wir heilen uns kurz, Chat das ist so gut ich glaube wir sind bald los natürlich die lям die ich ich Wale das euch ich ich Kommt, hier lang. Tess. Komm, bleib da bei mir. Nicht so laut. Dummkopf. Was ist das hier? Ein altes Museum. Manche Sachen hier sind Jahrhunderte alt. Das ist das Haus von Goethe. Wirklich? Wow. Das ist Goethe-Haus. Wieso können wir das Messer hier nicht mitstürmen? Oh, Mist. Was denn? Aber wir hier nicht weiterkommen. Ich check. Okay, aufpassen, schnell. Los, 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 los. Scheiße. Wir müssen mich hier irgendwie durchholen. Ich lebe. Ich werde außenrum gehen. Wir sind hier. Tess. 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 Rennen. Alles gut. Boah, die sind bei mir oder bei euch? Ich hoffe bei denen, Bro. Ich sag ehrlich, ich bin zwar ein bisschen unkorrekt, aber... Oh, nee, bei mir. Tess. Was ist CTL? Ich weiß nicht, welche Taste das ist, CTL-Jet. Welche Taste ist das? Steuerung. Was ist das? Tschüss. die gehen weiter sie kommt zu mir ich muss weg Tess Tess scheisse Tess 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 Das war's für heute. So dummköpfe, ne? Scheiß dummköpfe, Digga. Schnell, schnell, schnell. Wo seid ihr? Das Gefühl, hier muss irgendwas drin sein. Digga, ich bin jetzt hier unnötig runtergegangen. Ich dachte, hier liegt irgendwas, maybe. Als ob die ohne mich so weit gegangen sind. Lag da was? Ach. Was höre ich da? Ja. 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 Oh, Hanson. Das reicht. Scheiße. Oh, nein. Und. Gott reicht. Oh. Piu. Casey, danke für den Raid, mein Bro. Es geht noch weiter. Oh, wie schlecht. Da rechts. Achtung. Alles gut. Ich habe alles in der Kontrolle. Das war verdammt knapp. Das war ehrlich knapp. Casey und Leckerboy, dankeschön für die Raids, Jungs. Ich hoffe, ihr hattet einen nicen Stream. Ich musste mich gerade kurz ein bisschen konzentrieren. Sehr, sehr korrekt. Dankeschön, Jungs. Wir machen gerade einen 24er. Und zocken the last of us. Story-Modus. Puh. Puh. Das war intens. Ich muss mal kurz abchecken, ob es hier irgendwas gibt. Weil... Maybe... Brauche ich... Ich brauche Heilung. Ich brauche Munition. Ich brauche alles. Wie unkorrekt. In dem Raum ist einfach nichts. Oh Mist. Nee, Digga. Niemals ist in diesem Raum hier nichts. Die... Das kann nicht sein. Was? Das finde ich so unkorrekt gerade, ne? Wow. Hier sind einfach nur so... Glasflaschen und so. Für die Ablenkung. Oh, Digga. Wie unkorrekt. Hier lang. Hier geht's aufs Dach. Wir müssen irgendwie rüber. Oh, schönes Wetter jetzt auf einmal. Da ist es. Und was denn? Wo? Ah, da hinten. Okay. Warte, warum gehen wir dann in die Richtung? Warte. Warte, wir müssen... Ah, okay. Vorsicht. Muss ich hier die... Ja, ich muss hier in die... Verbindung tun, oder? Ja. Okay. Okay. Clever. Okay. Sei vorsichtig, wenn du drüber gehst. Das ist ein bisschen... Pst! Oh, sie ist... Sie ist so krass, ne? Heftig. Und, ist es das, was du dir erhofft hast? Ich weiß noch nicht. Aber man... Was für eine Aussicht. Ich hatte das Gefühl, du hast auch nie das Tageslicht gesehen, Chad. Real Talk, so wie sie immer redet. Hey, es geht weiter. Die Musik ist aber echt schön. Herrlich. Es ist fast geschafft. Reiß dich zusammen. Ja, Ma'am. Ja, Ma'am. Okay, Ma'am. Ha! Wir kommen bei Tag an. Junge, wie lange sind wir gegangen? Drei, vier Stunden? Kommt! Geh weiter, Kleine. Sorry, Chad. Kurz den Snackhasen gemacht. Einer schreibt in den Chat, hi, bin leider neu gekommen. Buh! Geh wieder weg! Als wäre das so schlimm oder so. Ich bin leider neu. Wuuuuh. Ja. Let go, Leute. Oh, jetzt wird's kritisch, sage ich. Na also. Das gibt mir The Walking Dead-Vibes, aber so richtig heftig. Gibt's dazu auch ne echte Verfilmung The Last of Us? Nein, oder? Weil irgendwer meinte zu mir, du musst die Serie schauen. Aber das gibt's doch gar nicht. Doch! Auf der rechten Seite sieht es flach aus. Voll dir. Aber wurde die Serie nach dem Spiel oder vor dem Spiel gemacht? Cool, dass Marlene euch gefunden hat. Was meinst du? Aber er ist danach gekommen. Ah, okay. Ist es trotzdem gut, der Film oder die Serie? Nein. Ich will nicht bedanken. Ja, kein Ding. Ja, kein Ding. Geht fit? Junge, er ist alles zu friedlich irgendwie. Ach, der geht's jetzt zum Objekt. Was ist das? Was machst du da, Tess? Okay. Ich weiß es nicht. Sie hat nur gesagt, es wäre irgendwo im Westen. Was machen wir hier? Das geht uns nichts an. Was weißt du denn schon? Über mich? Ich weiß, dass du klüger bist als das. Ach ja? Wir sind abscheuliche Menschen, Joel. Und zwar schon echt lange Zeit. Nein, wir sind Überlebende. Das ist die Chance. Es ist vorbei, Tess. Wir haben's versucht. Gehen wir nach Hause. Ich werde... Ich gehe nirgendwo hin. Schön gesagt. Hier ist Endstation. Sie hat recht. Wir müssen durchziehen. Was? Nein, was heißt das? Irgendwann musste es ja vorbei sein. Was erzählst du das? Nein! Fass mich nicht an. Oder ein Scheiße. Sie ist infiziert. Nein, Amina. Lass mal sehen. Ich wollte nicht... Zeig es mir! Oh Gott. Wann? Ups, was? Okay. Müssen sie abknallen. Zeig mir deinen Arm. Das ist drei Wochen alt. Mein Biss ist eine Stunde alt und ist schon schlimmer. Das hier ist real, Joel. Du musst die Kleine zu Tommy bringen. Er kannte diese Leute. Er kennt bestimmt, ob ihr versteckt... Oh nein, 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 nein. Doch, doch, doch. Du wolltest das hier. Ich mach das nicht mit. Doch, machst du. Hey, ich weiß, ich bedeute dir genug, dass du mir diesen letzten Wunsch nicht abschlagen kannst. Also bring sie zu Tommy. Shit. Oh shit, Baby. Was? Woher wisst ihr das? Du machst das. Ja. Was? Wir sollen dich einfach hier lassen? Ja, klar. Das will mich auf keinen Fall... Natürlich. Ich verwandle mich nicht in so ein Ding. Okay. Hau rein. Na los. Mach's mir nicht so schwer. Ist mir egal. Du bist mir scheißegal. Ich kann kämpfen. Nein. Geh einfach. Nein. Ich gehe. Alles gut. Geh doch endlich. Du juckst mich nicht. Du hast dich mal gesagt, dass wir zusammen sind. Als diese Jungs dich gefragt haben, wer ich bin. Du meinst ein Bekannter. Ich bin leidig. Scheiß auf sie, Bro. Los, beweg dich. Weg. Hau rein. Mach einen Backflip bevor du stirbst. Wir wissen, dass ihr darin seid. Wir wissen, dass ihr darin seid. Waffen weg und kommt mit erhobenen Händen raus. Oh verdammt. Wie konnten wir das nur tun? Stop. Ohne uns stirbt sie da. Stop. Sie stirbt sowieso, Bro. Bleib dicht bei mir. Wir müssen weg. Schmerzen. Mit. Markieren. Jetzt lauf einfach weiter. Komm mit schnell. Wo bist du? Sie ist tot. Ist du hinter mir? Sie werden bald hier sein. Ja, ich weiß, Mann. Lass ich kurz gucken, ob hier irgendwas ist. Jawoll. Plus gemacht, plus gemacht, plus gemacht. Wir müssen weg. Warte, lass ich kurz gucken, ob hier irgendwas ist. Plus gemacht. War noch irgendwas. Ich kann mich versehen. Schnell weg. Ja. 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 Lass ich kurz gucken, ob hier irgendwas ist. Neue Waffe. Oh shit, baby. Mal fucking Pumpgun. Ist das in der Pump? Jagdgewehr. Warte, mal nur Einschuss damit. Außenrum. Joel? Ich hab es. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Oh shit. Ich hab's. Ich hab's. Oh, Mist. Volvo! Weckse Waffe! Habe ich keine Sachen bei sich? Als ob die alle nichts zu holen hatten. Jawohl. Richtig. Digga, die hatten ja alle nur was für die Waffe, Bro. Nein, es gibt einen Euro. Hamel, du bist mein neuer Lieblings-Stream. Ey, danke schön, Bro. Hier sind noch andere. Wir haben gerade eben Medis eingesammelt. Das heißt, wir könnten eventuell 25. Wir könnten erhöht die Fertigungsgeschwindigkeit. Heiltempo wäre schon schlau. Schwanken der Waffe. Messer. Also maximale Gesundheit wäre geil. Okay, maybe wir gehen darauf, Chad, oder auf Heiltempo. Okay. Weiter geht's. Sind hier noch mehr Gegner? Ich hoffe nicht. Eine Planke. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir eine haben. Ich nehme sie einfach mal mit. 1v1, Bro. Oh, fuck. Oh, fuck. Digger, wie viele, Bro. Fuck, 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 fuck. Ich habe kein Messer mehr, leider. Ich will ihn nicht erschießen. Gab ich eine andere Möglichkeit? Ich habe auch gewartet. Hat er was bei sich? Da kommt doch einer, da kommt doch einer. Scheiße, er wird den Kild sehen. Bleib bei mir. Wir müssen auf ihn warten. Da liegt eine Leiche. Fuck. Die sehen nicht, oder? Gleich hier. Ich weiß nicht, wie viele es sind. Ich weiß nicht, wie viele von hinten kommen. Komm raus. Kleiner Stuckelputz. Komm, wo? Warum schreist du meinen Namen, Bro? Oh. Oh, Hund. Hier muss doch einer sein. Oh. Das ist wie, weil wir uns nicht mehr spielt. Chis, ich weiß nicht. Wir müssen uns verheirten. Oh, ich weiß nicht. Oh. 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 Seid dumm, Digga. Denk dir das Gedächt. Das ist gar nichts, Bro. Haben wir alle? Ich brauche Munition und Heilung. Warte, da lag irgendwas in Heilung. Gebt mir eure Sachen schnell. Hier waren doch noch ein paar. Den konnte ich gar nicht abchecken. Als ob das alle waren. Das ist echt mau, Chat. Ich habe die 1 Euro Donation gesehen. Es war jemand, der gesagt hat, dass er leider banned ist. Ich weiß. Oder? Yo, ey. Okay. Ich habe alles gesammelt, was wir sammeln konnten. Hamed, hier waren gerade richtig viele Stegi-Viewer drin. Ja, Bro. Nicht schlimm. Wieso hat Stegi gerade aufgehört zu streamen? Ist okay, ist nicht schlimm. Ihr hattet mehr Arbeit dann, meinst du, ne? Gut, dass ihr noch aktiv wart. Habibi. Die meinten Stegi-Mods besser und so. Ja, Bro. Geiler Front. Digga, ich habe echt zu wenig. Fuck. Ich habe gerade, glaube ich, überall mehr Munition, als mit der Waffe. Wo? Bleib unten. Wo ist eine Treppe? Bro, mein Kopf ist so weg, Treppe, und ich dachte, Leiter. Shit, Mist. Shit. Shit, Bro. Da drüben ist ein Soldat. Du hast gar keine Gasmaske. Verstanden. Stellung halten. Wie kannst du das verdammte Zeug einatmen? Ich hab dich nicht angelogen. Sie ist ehrlich immun. Hast du sie? Nein. Alles leer. Ich hab nichts geschehen. Gebiet durchsuchen. Wir sollten sie finden und abhauen, bevor Klicker kommen. Unsere Stellung ist richtig gut. Wir sind richtig gut versteckt. Er kann uns so niemals sehen. Kommt der andere... Scheiße, der andere kommt auch durch dieses Dings raus. Fuck. Fuck. Bitte hab dich am Alk! Digga! Hey Mann, mach gleich Scheiße! Alles gut. Ich brauch hier echt was, ich brauch hier echt was. Muss doch irgendwas für mich sein. Wenigstens hier drin. Digga, hier gibt es zu viele Wege. Ich weiß nicht, welchen Weg ich zuerst gehen soll. Ich will erst mal den unnötigen Weg gehen, um alles abzuchecken nach... Sachen. Okay, das war der unnötige Weg. Ja, von hier sind wir gekommen, gell? Baba Gelden! Dann hier rein. Und hier raus, direkt an der Seite. Oh, Klicker. Oh, Klicker. Ich hab ein ungutes Gefühl. Wie, du kannst dich... Wie, du kannst dich... Verarschen? Ja, komm hier lang. Oh mein Gott, sie kann ehrlich nicht schwimmen. Oh, Klicker, ich hör's. Oh, ich kann tauchen? Sagt er was? Oder bin ich dumm? Ich bin dumm. Ich bin dumm. Oh, jetzt gibt 10 Euro. Also, Schüssi, und wir von Stecki, komm. Oh, liebe Grüße von Stecki, komm. Danke für die 10 Euro. War das ein Stecki, Bio? Ja? Er hat ja 10 Euro donatet. Oh, great. Oder die haben auch die ganze Zeit Zaps gegiftet. Hä, aber was... Oh, Dicker. Erschrocken. Ja, aber... Sind die auf korrekt gekommen, oder... Ich dachte, die sind welche gekommen, haben gehatet. Hey, da, sie geht noch. Pass auf. Vielleicht lebt es auch noch. Ja, ja, dann ist doch voll korrekt gewesen. Du lässt mich doch nicht hier, oder? Doch. Aber safe. Ach so. Mhm. Wichtig. Oh, yes. Wie viel haben wir? 30. Wir könnten Heiltempo nehmen, Chat. Heiltempo oder auf maximale Gesundheit warten? Was sagt ihr, Chat? Heiltempo mitnehmen oder auf maximale Gesundheit warten? Mach Gesundheit. Warten. Okay. Wir warten. Kann man hier noch weiter runter? Oh, shit. Oh, nein. Da lang. Oh, nee. Ich krieg gleich, glaub ich, keine Luft mehr, oder? Wenn ich zu lange brauche. Das war gut. Das war, glaub ich, knapp sogar. Warte mal. Oh, mein Gott. Ich dachte, wir sind einen anderen Weg lang. Kann sie hier lang? Du bist fast tot. I know. Ich kann mich aber nicht heilen. Wenn ich keine Heilsachen hab. Ich kann, glaub ich, auch. Ja, ich kann grad, gerade kann ich eh nichts machen, was das angeht. Warte, die Plane hier kann ich benutzen. Komm, komm hier rauf. Ja, ich hab die Luftanzeige schon gesehen, Levi. Dankeschön. Rauf mit dir. Steig drauf. Wirklich? Ja. Okay, okay. Ja, nicht drauf springen, yo. Oh, wie nett. Ich hab' mich schon gefragt, wie ich hochkomme. Okay, let's go. Okay, nichts wie aus hier. Warte mal, ich, wenn das der richtige Weg ist, dann hab' ich so'n bisschen Schiss, dass ich hier so'n Heilmittel oder so'n irgendwas verpasse. Guck mal, hier ist so'n Schrank, ein Regal. Okay. Doch, nichts verpasst. Ist die... Sind das so Klicker-Geräusche? Oder war das einfach irgendein Vogel? Gibt unsere Maske auch irgendwann Geist auf? Nee, okay. Das sind Tiere, ja. Okay, dann ist nice. Endlich wieder draußen. Hoffentlich passiert nichts Schlimmes. Story? Hey, also... Wegen Tess... Ich weiß nicht mehr, was... Okay, ich sag dir mal, wie's abläuft. Erwähnen ja nie wieder Tess. Warum sind die alle gebannt, wenn die korrekt sind? Entbannen die da sind. Es ist besser, wir behalten unsere Geschichten für uns. Bannen niemanden, weil er irgendwen anders guckt oder so, ne? Zweitens erzählen niemanden von deinem Zustand. Man wird dich für verrückt halten oder töten. Und drittens, du tust, was ich sage, wenn ich es sage. Alles klar? Klar. Wiederhol es. Was du sagst, zählt. Gut. Da ist eine Stadt. Ein paar Meilen nördlich. Ein Typ dort schuldet mir was. Kann sein, dass er ein Auto für uns hat. Uh. Okay. Los, gehen wir. Okay, okay, okay. Na bitte. Ja, David, du weißt schon, was richtig ist. Ich vertraue dir da. Alles gut. Ja, hier lang wird's schneller gehen. Mach einfach niemanden unnötig Ban oder so. Schön gesagt, Rasha. Wow. Was? Ein Vogel. Nichts. Ich hab... Ich hab nur sowas noch nie gesehen. Deshalb. Etwa den Wald? Ja. Im Wald war ich noch nie. Ist ziemlich cool. Warum bringst du mich nicht zurück? Ich hab gecheckt, David. Ich hab gecheckt. Na, vielleicht geht's ihr besser. Kleine, ich will dich nicht aufregen, aber ihre Überlebenschancen waren nicht gerade hoch. Yes. Sie ist viel stärker, als du glaubst. Da müssen wir, glaub ich, durch. Vielleicht finden wir irgendwo noch Medikamente. Oder müssen wir da lang. Haben wir wieder voll... Wir haben wieder volle Lebensanzeige. Ich glaub, das kam durch den Story, äh... Durch die Story. Hier geht's nicht durch. Oh, Mist. Hier rum. Klettern wir rauf? Nein, da oben ist ein Stacheldar. Geht's, Lenny? Wir müssen irgendwie drum herum. Ich geh da mal hoch und seh mich um. Verbesserte Nahkampfwaffen. Oh, cool. Rezept Nahkampfverbesserung freigeschaltet. Geil, 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 geil. Das Spiel ist echt gut gemacht. Okay, wir müssen wieder runter. Hat uns das Leben abgezogen? Ich hoffe nicht. Nutze Bretter, um Lücken abzubeüber zu überbrücken. Hier, nimm das mal bitte. Ah, sie kriegt das nicht hoch. Alles gut, ich mach das schon. Na, also... Clever. Geh zuerst rüber. Ah, dann nicht. Ich hoffe, das ist Bill. Wie ist mein Bruder? Bill ist der mit dem Auto. Wie ist aber mein Bruder? Ich weiß, dass er hier lebt. Aber nein, ich war noch nie selbst hier. Und er raucht, das soll er sein? Das wäre gut für uns. Wow, dann sehen wir mal nach. Tommy, genau. Okay, komm. Hier lang. Sei vorsichtig. Nicht, dass du fällst. Eine Runde Basketball? Schade, man kann nicht spielen. Was sind das für Geräusche? Hört sich eher mehr nach Schweinen an. Oh Mist, bleib zurück. Kommen die an die Sonne? Hm. Ah. 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 Verbesserte Nahkampfwaffen sind echt cool. Hier durch. Komm rein. Oh. Was macht das für Geräusche? Alles okay? Ich versuche pfeifen zu lernen. Du kannst nicht pfeifen. Klingt das wie pfeifen? Nein. Man kann ja verbesserte Nahkampfwaffen nur zweimal benutzen. Ich habe nur drei Wochen. bis zum nächsten Treffen mit Tess Lecker Schmecker Schmogli Schmeckschmig Jawoll Ja, Pilz Okay 40 Chat, wir brauchen nur noch 10 Pilz und dann können wir unsere maximale Gesundheit verbessern Uh, ist das cool Möchte ich hier runter oder möchte ich weiter? Gucken wir einmal nach draußen Okay, ich geh einmal so runter Ah, hier sind wir hoch Hä, sind wir im... Hä Achso Und raus Und raus Ich muss doch irgendwas hier hinschieben können Was ist denn mit dem Mülltonnen hier? Kann ich ihn nicht benutzen? Kann ich ihn nicht benutzen? Ne Hier komm ich auch nicht hoch Ah, Mist Ah, Mist Babagelte Der andere Weg Der andere Weg Na, ich heb dich nicht hoch Wie sollen wir das sonst aufkriegen? Okay, komm Gut Stell den Fuß rauf Mach es nur auf Sonst nichts Super Boah, sie ist... Ey, sie ist so begabt, ne? Vorsicht Stark Stark Mit Stolz Stark Wow Gut gemacht Was eine Lady Lass uns weiter Thea, das ist eine Geisterstadt Ich würde gerne alles einmal abchecken, aber... Ich glaube, das wird ein bisschen zu lange dauern, Chat, oder? Angenommen wir gehen jetzt zum Beispiel Kommen wir in diese Häuser rein? Werden wir belohnt, wenn wir hier alle Häuser abchecken, ist die Frage Wir gehen in ein Beispielhaus rein Oh Gott, ja, werden wir Oh Gott, Chat Wow, sieh mal da Ich muss den Sammler machen Boah, ist das groß auch alles Willst du danach auch noch Part 2 spielen? Ich werde mir erstmal Part 1 komplett anschauen Und durchgehen Auch noch ein Stück zurückgehen hier Okay, hier hinten sollen wir anscheinend nichts mehr abchecken Check, okay, cool Dann brauche ich ja nicht jedes Haus abklappern Aber die Häuser, die offen sind Die... Die klappe ich auch ab Kurz abchecken, ob man irgendwas machen kann Ne, und zurück Wie gefällt dir Wie gefällt dir Part 1 bis jetzt? Ist verrückt Ist wirklich verrückt gut Die... also... Die Sequenzen... also... Ich bin immer... Unter Spannung Wenn da diese Zombie Dinger kommen Oder Klicker oder wie die heißen Äh... Die Story ist auch immer richtig cool Die Story Einblendung, die Sequenzen Die Charaktere sind cool Okay Okay Jo! Oh, Mann! Oh, krass Da war ne Pfanne dran Wären wir dran vorbeigegangen Wären wir auch gestorben Das... ist eine von Bills Fallen Auch Bill, Mann Dein Freund ist paranoid, oder? Na, das kannst du laut sagen Jawoll Und wie ist der Sand so? Tja Er hat uns oft beim Schmuggeln geholfen Er weiß, wo es was gibt Dann hoffe ich, dass wir auf der Suche nach ihm nicht rauf gehen Halt die Augen offen Dann passiert nichts Okay, wir müssen ehrlich nach Fallen gucken Komplettes Messer benötigt Mist Das wäre jetzt echt super gewesen ein Messer Wenn ich hier irgendwas finde, dann komme ich nochmal zurück Wie sahen denn die Bomben aus? Ich habe es nicht mehr im Kopf Das ist aber keine Bombe hier, oder? Pfeile Kriegen wir auch einen Bogen, oder? Wieso konnten wir die Pfeile mitnehmen? Komm her Mit dir hier kommen wir rüber Wie dumm, dass hier überhaupt eine Leiter steht, wenn er nicht will, dass da irgendwer rüberkommt Aber vielleicht sollen auch einfach nur keine Klicker rüber Oh, ich wäre so gern durch die Tür gegangen Ah, das ist eine Falle Nein, 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 nein Wow Das war knapp Warte, kann ich da runter her? Ja Ja Lass den Kopf unten, dann klappt das schon Okay Ich bräuchte so ein bisschen Material Kommt schon Leute Gib mir nochmal was Ich möchte unbedingt in diese Tür rein Das muss doch möglich sein Da war ein Zettel, ich glaube das war nur was zum Lesen Schild Shit Ah Maybe hier Ja Ich muss mich rein Ja Die verdammten Infizierten tauchen so oft viel zu nah beim Unterschlupft an der Kirche auf. Anscheinend muss ich die Perimeter-Schwachstellen mal wieder ausräumen. So eine ganze Box. Es hat sich so gelohnt hier rein zu kommen. Und raus wieder. Komm schon, Kleines. Let's go. Und da haben wir das Messer. Vielleicht gesagt, es hat sich gelohnt. Okay. Boah. Oh mein Gott. Wie cool. Es hat sich so gelohnt. Weg, 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 weg. Ja, 15 Tabletten. Chat. Ihr wisst, was das heißt. Maximale Gesundheit. Bam. Junge, wie so overpowered, ne? 15 Tabletten waren da drin, ne? Wie wichtig, dass ich da nochmal rein wollte. Aleikum, salam, alaikum, bira. Aleikum, salam, bira. Okay. Nice. Die nächste Werkbank wird auch nochmal unsere Waffen dick verbessern. Nein, 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 nein. Sieh mal an. Sein Bogen. Gib ihn doch mir. Ich, ich kann ziemlich gut damit umgehen. Für Waffen bin weiterhin ich zuständig. Tja, wir hätten beide Waffen. Als Absicherung. Vergiss es. Bin gespannt, wann ich den Bogen brauchen kann. Ich habe echt viele Waffen. Ich hoffe, das wird nicht zu viel. Du bist jetzt ein, komm hoch. Okay. Okay, ich brauche die Platte. Wir hatten hier eine Platte. Die brauche ich. Und aufpassen. Stellt euch mal vor, die Platte wäre nicht lang genug und würde hier so runterklatschen. Das wäre so traurig. Oh shit. Das wird jetzt spannend. Scheiße. Oh mein Gott, wie schlecht. Lass mal stehen jetzt. Hör mal zu. Bill ist nicht gerade eine sehr ausgeglichene Person. Wenn wir bei ihm. Meine Pfeile sind weg. Was? Überlass mir das reden. Man kann die Pfeile noch einmal benutzen. Ja. Alles klar. Wie kacke. Aber das ist nur ein kleines Mädchen. Als ob Bill was gegen ein kleines Mädchen hat. Oh, pass auf. Ich möchte wieder alles abchecken. Hörst du das? Ja. Er ist hochgelaufen. Scheiße, willst du da reingehen? Mal sehen, was wir finden. Du findest meine Leiche, wenn mich der Schlag getroffen hat. Keine Sorge. Das wird schon. Hallo. Ist das ein Bill oder ein Clicker? Ich habe keine Clicker-Geräusche gehört. Decker, außerdem nichts, Bro. Mann, ich habe mich zu tode erschreckt. Sind hier noch mehr? Tja, sehen wir uns ruhig mal um. Rachel, Soldaten gehen von Tür zu Tür und zwingen die Leute in Busse einzusteigen. Ein paar Häuser weiter sind Schreie zu hören. Die Zeit wird knapp. Okay. Ein sehr früher Brief. Den brauchen wir nicht mehr. An Ray fall. Rachel ist dumm, Bro. Hat sie sich jede gefunden haben? Ray, den D.K. Ich musste hier fett Rachel draufschreiben, damit sie in den scheiß Brief liest. Und der Brief lag immer noch da. Das heißt, Rachel hat den nicht gefunden. Rachel ist einfach dumm. Oh mein Gott. Okay, wir sollten irgendwas nachmachen. Maybe einen Molotow. Wir können davon mehrere haben. Ich gehe lieber auf Medikid. Und dann können wir das mitnehmen. Okay. Wir haben genug. Komm raus, Kleines. Lass uns von hier verschwinden. Okay. Ich wollte kurz gucken, ob beide Waffen aufgeladen sind. Q-Waffe. Warte mal. Wie komme ich auf die andere Seite? 1 und 2 ist das. Okay. Hier können wir nicht durch. Oh, krass. Die Dinger sind ja der Hammer. So kann man es auch machen. Mein Gott. Okay, pass gut auf. Was, wenn ich das abknalle? Siehst du? Zurück. Geht auch. Ja, komm. Bleib in meiner Nähe. Richtig. Komm, komm schon, wir. Scheiße, Mann. Oh, nein. Woher sollte ich das wissen? Verdammt, Bill. Och, Bill, Mann. Shit. Sie macht das schon. Sie ist so eine starke Frau, ne? Wow. Oh, oh. Klick da. Oh, nein. Mal schneller. Scheiße, sie kommen. Oh, Gott. God. Wie soll ich sein? Harry? Was bist du? Ich bin so schnell, Herr Herr. Harry! Ich bin bereit, Ellie. Halt euch. Schnell. Oh, scheiße. Alles okay? Das hat doch auch viel schlimmer gemacht. Ja. Los, du schaffst es. Okay. Dammt noch mal. Komm schon. Ich krieg's nicht durch. Beeil dich. Hey, komm her. Okay. Komm schon. Hey. 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 Tschüss. Hey. Jetzt belt mirp. Hey. proteins. Hey. Take him! Fuck, bro! Fuck, 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 fuck! Bill! Bewege deinen Arsch und steh auf! Dankeschön, Bill, bro! Digga, man! Oh nein! Soll ich einfach rennen? Digga! Ich will nicht rennen! Oh, ich will doch rennen! Oh mein Gott! Digga, wie schlecht! Ich will die aber töten, Digga! Aber ich verliere, glaube ich, trotzdem Milizio nicht. Ja, Digga, auf einmal kann man die nicht per Hedger töten. Ah, okay, es war doch gestorben. Du Scheiße! Hör das nochmal! Weg! Wollang! Lure! Ja! Go, Belly! Der Scheitschlüssel! Leid, hinter uns! Hey, hey, komm! Mila! Ja! Ja! Oh, hör'n wir doch mal an, was soll das? Das sind zu viele. Schnell, lass mich hier rein. Alter. Bill, sie kommen durch die Tür. Sie sind fertig, sonst kommen wir hier nicht raus. Er liegt zurück, zurück! Hey, Dick, ich hab' meinen Aim, Bro. Nachladen. Okay, na los, wir sind fast da, Mira. Oh, shit. Gott, verdammt, sie kommen her! Wie kann ich die Waffe, warum kann ich die, ich kann die Waffe nicht wechseln! Okay, sieh's auf, wer los! Manchmal ist Abholen wichtiger. Manchmal ist Abholen wichtiger. Ach, danke für die Rettung und so. Ach, Ellie. Hey, was soll das? Joel! Bill! Was soll denn das? Bill! Beh dich um und geh auf die Knie! Beruhig dich erst mal! Beh dich um und geh auf die Knie! Jetzt mach schon! Jetzt mach mal lang! Scheiße! Wurdest du gebissen? Nein! Irgendein Ausschau! Nein, verdammt, ich bin sauber! Wenn du auch nur zuckst! Verdammt nochmal! Was das? Ob's das Ware? Ihr kommt in mein Haus! Löst alle Fallen aus! Ihr brecht mir beinahe den verdammten Arm! Und wer zum Teufel ist das? Und was macht sie hier? Es geht dich einen Scheißdreck an! Wir sind hier, weil du Joel was schuldest! Oh! Mach sofort diese Dinge ab! Ich schulde Joel was! Soll das ein Scherz sein? Okay, machen wir es kurz. Ich brauche ein Auto! Oh, es ist ein Scherz! Joel braucht ein Auto! Tja, wenn ich eins hätte, das fährt, was nicht der Fall ist, warum sollte ich es gerade dir geben? Bitte, Bro, ich brauche es unbedingt! Ja, klar, Joel! Kein Thema! Nimm es doch! Wir brauchen mein Essen, wenn du schon dabei bist! Schön, bitte! Nein, krass du auf! Du hast mir Handschellen! Du, jetzt mal den Mund! Sie wollen sagen, er ist dick! Was immer ich dir angeblich schulde, so viel kann es nicht sein! Ehrlich gesagt, Bill, doch kann es! Na, ist doch egal, weil ich keins habe, das fährt! Aber es gibt eins in der Stadt! Teile! Es gibt Teile in der Stadt! Das heißt, du könntest eins zusammenbauen! Okay, wenn ich das mache, brauche ich Werkzeug dafür! Es ist auf der anderen Seite der Stadt! Du hilfst mir, es zu holen! Und vielleicht kann ich was zusammenschraubendes fährt! Aber danach schulde ich dir nichts mehr! Ist mir recht! In ein paar Tagen sind wir so oder so tot! Gut, kommt mit! Die ganze verdammte Stadt ist vermint! Bleibt schön dicht hinter mir! Echt verlockt! Schluss jetzt! Okay! Was auch immer ihr braucht oder wollt, nehmt es euch einfach! Okay, danke! Oh! Erlie, sieh dich mal um! Vielleicht tun wir was gebrauchen! Ja! Klar doch! Oh yes, Baby! Das nehme ich! Das brauche ich auch noch! Warte mal kurz! Ich gehe mal auf die Seite hier! Ja! Das sieht ganz gut aus! Das da will ich auch haben! Mal hier genau gucken! Ich nehme natürlich nur Sachen, die ich wirklich unbedingt brauche, ne? Nicht, dass du denkst, dass ich hier einfach alles mitnehme, was ich sehe! Von meinem Bro! Hey! Weißt du, wie man das spielt? Ja, ich kann es aber nicht gut! Ich wollte es immer lernen! Hey! Großmeister! Lass ja die Finger von dem Brett! Groß was? Vergiss es einfach! Spielt der mit sich allein oder was? Messer verbessert! Uh! Oh, ich hab alles! Hast du jetzt alles fertig! Hast du kein Werkzeug-Dingen? Scheiß Werkzeug, äh... Wo man ein Scheiß-Werkzeug vergewässern kann? Mann! Hätte ich bei ihm echt erwartet! Okay, Ellie! Los, komm! Lass die Tür nicht offen! Ich mach schon! Wir müssen zu dem Gebäude rüber! Die Treppe hoch! Beeilung! Bleib dicht bei mir! Bleib dicht bei mir! Unglaublich, dass du den Scheiß mitmachst, Bill! Du hättest es einfach sein lassen sollen! Manche von uns haben doch ein gutes Herz! Ich seh mich hier oben mal kurz um! Für mich ist da oben Licht! Na, mach! Nimm dir, was du brauchst! Danke! Ich nimm mir auch alles, was ich brauche, Bro! Dafür brauch ich keine Aufforderung! Vielleicht hier noch was? Okay, wir sind zu gierig! Äh! Das war aber echt ein Jackpot hier, der ganze... Seine ganzen Räumlichkeiten! Also, in was für einer Scheiße steckst du? Und wo ist Tess? Das ist dein Job! Tess ist tot! Eine einfache Lieferung! Und was sollst du abliefern? Die kleine Göre! Haha! Du mich auch! Hahaha! Naja, ich hoffe, du weißt, was du tust! Der Typ und ich werden keine Freunde! Also, wo geht's hin, Bill? In mein Zweitversteck! Eher ein Waffen! Digga, er ist so krass, er hat ein zweites Versteck noch! Wir! Du kennst dich mit Autos! Willkommen! Oh, Raid vom BZ! Raid vom BZ! Oh, Baseball-Schläger! Dankeschön für den Raid! Ich weiß nicht, wer gestreamt hat, Emro oder... BZ! Sehr korrekt! Hab ich auseinandergenommen, ja! Eiken, Februar, letzte Folge! Ich bin extra live gegangen, obwohl Weihnachtsfest war! Ich bin extra live gegangen, obwohl Weihnachtsfest war! Hä? Komm mit! Emre grüßt! Groß, Emre! Groß, Emre! Ich hör's! Nice! Oh Gott! Oh Gott! Ich hoffe, ich muss jetzt auf keine Fallen achten! Warum habt ihr nicht eins von diesen Autos? Oh mein Gott! Du bist ein Genie! Ich meine, warum bloß, warum habe ich nie eins von diesen Autos repariert? Oh, okay! Sei nicht so ein Arsch! Ihre Reifen sind hin, die Batterien sind leer! War's das jetzt? Und ich will gar nicht wissen, wie es in den Motorblöcken aussieht! Neue Autobatterien gibt es nur noch beim Militär! Verdammt nochmal! Das sind zu viele! Hey Mann, Bro! Oh! Die kommen so schnell, dieses Scheiß nachladen! Ich muss echt öfter nachladen! Lol! Was? Was macht der da? Du brauchst Hilfe? Äh, Bro, du... Bruder, das kann... Ich bin mir nicht sicher, ob das grad so... Nein, nein, nein! Nein, warte mal! Du hast ne... Du hast in dir... Bill! Du hast noch den Körper in... Ich bin mir nicht sicher, ob das so sein soll! Ich sag dir ehrlich! Da bin ich mir nicht so sicher! Bill, du hast noch den... Den Körper in dir stecken! Ja, oh! Du hast dir ein krasses Versteck ausgesucht, was? Weißt du, so schlimm die Dinger sind, man weiß, was sie wollen! Die normalen Leute machen mir Angst! Gerade du solltest das verstehen! Was soll das heißen? Gar nichts! Ist wieder was voll! Medi-Kit! Drittes Medi-Kit voll! Verbesserte Waffe! Und zack! Und zack! Okay, ich hab auf beiden gleich Film Munition! Hält sie das Tor wirklich auf? Tja, es ist zu! Sie haben keinen Schlüssel! Ahaha, geiler Witz! Also, wo lang? Wir sind da! Es ist im Keller! Zweites Versteck! Okay, hier runter! Tja, da sind wir! Du fasst hier drin nichts an! Und du machst die Tür zu! Ja, ruhig dich! Na dann mal los! Okay! Du nicht! Ich finde, wir sollten dir ne Waffe geben! Ich finde, wir sollten dir ne Waffe geben! Du bleibst hier! Toll! Dann warte ich einfach, bis es mich erwischt! Das hier muss echt der beschissenste Job sein, den du hier hattest! Was kommt denn? Was zum Teufel sagt Tess zu dieser Selbstmord-Mission? Das war ihre Idee! Ehrlich? Dann ist die Braut wohl doch nicht so schlau, wie ich dachte! Na, scheiß drauf! Im Ernst, bring die Kleine dahin zurück, wo sie herkommt! Bill, ich kann sie nicht einfach zurückbringen! Dann schick sie weg! Lass sie eben allein gehen! Ich sag dir jetzt mal was! Es gab mal jemanden, der mir wirklich sehr wichtig war, weißt du! Mein... Partner! Ich hab mich eben um ihn gekümmert! Und in dieser Welt bringt dir so ein Scheiß nur eins ein! Du gehst drauf! Und weißt du was? Von da an hab ich's geschnallt! Ich bin alleine echt besser dran! Bill, so ist das nicht! Schwachsinn! Es ist ganz genau so! Hey! Was hab ich dir auf der Treppe gesagt? Was hab ich gesagt? Ich räum hier doch nur deinen ganzen Scheiß auf! Finger weg! Verdammt nochmal! Wenn du sie weiter an der Bagger hast, wird dir das irgendwann das Genick brechen! Können wir das jetzt bitte einfach durchziehen? Hier! Wir ziehen das durch! Pumpgun! Neue Waffe, Baby! Und zwar? Was hier nicht noch zufällig? Er will, dass ich da lang gehe! Dann geh ich andersrum! Ich bin clever am Bro! I'm clever! Digga, es gibt hier zwei Stockwerke! Das war ne Kirche! Das Spiel hat mich bisher immer belohnt, wenn ich etwas abgecheckt hab! Ein Messer! Bro, das ist der falsche Platz für ein Messer, oder? P Wichtige Ausbeute! Wir sind bei... Wir sind bei... 20 Pillen wieder! Das nächste, was ich benutze, ist auf jeden Fall Heiltempo! Das ist wichtiger! Schwanken der Waffe nervt auch ein bisschen! Ähm... Ja, Heiltempo oder Schwanken der Waffe! Ich glaube, Heiltempo ist noch ein bisschen... Noch ein bisschen wichtiger! Ich geh noch ein Stock weg! Oh... Ich geh doch kein Stock weg, Meckho! Lag hier noch irgendwas? Okay, ich bin sofort da! Zeig mir dein neues Spielzeug! Na komm! Ne Werkbank! Zeig her! Das... Ist eine Nagelbombe! Okay! Du musst sehr vorsichtig sein! Sie geht hoch und zerfetzt alles in ihrer Nähe! Okay, geil! Das heißt aber, dass ich sie auch gleich wieder benutzen werde! Warte, wieso kann ich die scheiß Werkbank nicht benutzen? So, Splitten und Bomben! Und was machen wir damit? Tja, alle paar Wochen zieht das Militär hier durch die Straßen! Ich nehme an, sie suchen nach Vorräten! Mann, es ist Wahnsinn, was sie alles übersehen! Jedenfalls! Vor ein paar Monaten fuhren sie hier durch und wurden von Infizierten überrannt! Sie belagerten den Truck! Der fährt prompt gegen die Wand der Schule! Da steht er noch mit der Batterie! Wir holen die Batterie also für ein anderes Auto! Bingo! Ich wollte sie holen, aber es schien zu gefährlich bei den ganzen Infizierten hier! Aber scheiß drauf! Joel braucht ein Auto! Und wenn sie kaputt ist? Nee! Die Trucks sind wie Panzer! Sie wartet auf uns! Das könnte klappen! Ah, hier ist ne Werkbank! Okay, dann an die Arbeit! Okay! Schussfolge! Ermöglich dir die Waffe schneller abzufeuern! Okay! Let's go! Bam! Digga! Wir verbessern diese Startwaffe so krass! Nachladetempo! Bam! Wir gehen komplett auf normale Waffe! Okay! Okay! Jetzt haben wir alles was wir machen! Oh! Wir können Nachladetempo nochmal verbessern! Let's go! Nee! Können wir nicht! Er fordert eine... Ein Schraubenzieher! Weil ich meine einen... Keine Ahnung! Zange! Okay! Was mit den Waffen hier? Die können wir alle nicht verbessern! Die Waffe können wir aber noch verbessern! Schussfolge oder Nachladetempo? Schussfolge! Schussfolge! Bamm! Sehr schön! Ja! Das ist gut! Das ist sehr gut! Boah! Und jetzt! Gib mir meinen Digga! Das ist so eine OP-Waffe jetzt! Alter! Okay! Wir können trotzdem ein paar... Bisschen Munition! Maybe! Ein bisschen Munition! Ein bisschen! Okay! Lass uns weiter! Joel! Äh Bill! Boah! Boah! Ja! Ach Mann! Das finde ich erst jetzt! Oh Mann! Oh! Wie viel ich hier finde! Boah! Das war gut! Da können wir noch... Da können wir direkt nochmal hier hin! Okay! Was haben wir denn? Ja! Gib mir eine Sekunde! Zack! Warum ist das Gold auf einmal? Warum ist das Gold? Okay! Können wir eh nichts verbessern anscheinend! Mist! Wir haben zu wenig! Wir brauchen genau eine Schraube mehr, um hier noch was zu verbessern! Wie sieht es bei den anderen aus? Hier können wir den Rück... Beim Pumpgun können wir den Rückstoß verbessern! Theoretisch! Aber so krass auf die Pumpgun würde ich eigentlich gar nicht gehen! Real Talk! Nachladen! Jagdgewehr können wir verbessern! Hm... Ja komm! Wenn wir das hier... Wenn wir grad nichts anderes machen können, dann machen wir das! Nachladetempo aber eigentlich... Warte! Warte! Haben wir die... Wir haben die Zange ja immer noch! Ach lol! Die Zange verliert man nicht! Man kann anscheinend... Ah! Okay! Das ist cool! Dann haben wir gar nicht so viel verschwendet wie ich dachte! Okay! Das sieht gut aus! Das sieht sehr gut aus, Bro! Okay! Dann lasse ich mal... Auf die... Pumpgun wechseln! Die lasse ich noch gar nicht! Das ist jetzt besser! Hier können wir schneller nachladen! Gefällt mir! Okay! Wir können weiter! Äh! Achso! Das Mädchen! Jaja! Klar! Digga! Wenn sie was klaut... Äh! Dann hast du's hier! Tja! Wenn du was zu beichten hast, bist du hier genau richtig! Äh! Ich hab' nicht zu beichten! Ich hab' nichts geklaut! Okay! Zeit zu packen! Da müssen wir runter? Äh! Äh! Ali komm schon! Dort! Da ist die Schule! Okay! Linken High School! Bereit! Werden wir sehen! Die OP Waffe! Die OP-Waffe Klicker Alles gut, ich mach das, Leute Alles hat nicht getroffen Brauchen wir das hin Wie schlecht Hm, okay Die OP-Waffe 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 Tschüss, drei Stück Die OP-Waffe Die OP-Waffe Die OP-Waffe Den Bogen kann ich auch noch benutzen, stimmt Egal, Bogen. Oh nein, das war aus Versehen. Och Mann. Das will ich mal ausprobieren. Warte, Feuer wäre vielleicht schlau. Och Mann. Ich will die Bombe eigentlich ausprobieren, aber die wird jetzt so nichts bringen. Gib mir die Pumpgun. Wie cool. Ich glaube, das war es. Sehr gut. Wir sind noch nicht sicher. Wie cool ist die Pumpgun-Shit. Vier direkte Schüsse? OP. Die hätte ich ein bisschen verbessern sollen. 25. Lauschmodus Distanz können wir verbessern, aber ich gehe auf Heiltempo. Moment. Ich habe einen Schlüssel. Wir sollten sehr leise sein. Müsste noch irgendwo ein Pfeil sein, oder? Ich habe einen Pfeil richtig schlecht abgefeuert. Mist. Okay, ich weiß was. Ich habe eine geile Idee. Okay. Geil, geht da auch hin. Lauf da auch hin, bitte. Jawohl. Wie geil. Schlimmer. Brück dich. Ist hier noch Action? Oha. Der ist ja richtig aggressiv. Hat sie mich jetzt gehört, dadurch, dass sie das gemacht hat? Nein. Komm her. Ich habe ein Messer. Komm ein bisschen her. Mann. Mann. Komm her. Oh nein. Das war die falsche Waffe. Ich dachte, sie hätte die Pomp. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, Billy, du bist der Beste. Ich dachte, ich hätte die Pomp drin. Ich muss aber schneller wechseln. My bad gewesen. Ich gehe mal nach oben. Hier ist, glaube ich, nichts drin, oder? Ist hier hinten noch irgendwas? Kurz einmal ausräumen alles. Oooh. Oh my God. Er ist hier hinten. Oh, Gott. Was? Oh Haben wir alle? Ich will hier alles einmal abchecken. Nichts vergessen ihr kennt mich. Oh Falle. Das ist mein Ding? Ist die beste. Och man. Geht mal dahin. Die Pumpkan ist so geil. Als ob da noch mehr kommen. Digga die Pump ist so gut. Wie weit ist das Bill? Es ist nicht mehr weit. Wir müssen es schnell durchziehen. Reingehen, Batterie holen, verschwinden. Ich will da nicht in der Falle sitzen. Okay, verstehe. Die Pump ist so nice, Chat. Overpowered. Okay, los. Hoch jetzt. Aufs Wohnmobil und rüber. Das sollte reichen. Na los, na los, na los. Okay, beruhig dich. Hier ist doch nicht. Die Jagd gewährt nicht mehr so viele Dinge. Wer hat das da gelassen? Digga, Baumhaus von Bart Simpson, Bro. Nein. Aber ich kann mir schon denken, wer den Weg nutzen könnte. Die Schule ist hier nebenan. Gehen wir rein. Komm, Ellie. Digga. Z-Max? Z... Oh, ist leer. Ja. Die Granat... Das Ding hier ist wichtig. Das Ding war auch cool. Real talk. Oh, nein. Müssen wir da lang? Dann lass mich noch mal kurz das Haus abchecken. Okay, wir sind sicher. Im Moment. Verdammte Dinger. Verdammte Dinger. Keiner wurde gebissen, ja? Nein. Alles klar. Alles okay. Gehen wir weiter. Hilf mir hier mal kurz. Wo bist du denn? Warte, lass mich kurz nach oben, wenn du nicht oben bist. Was? Pillen. 30 Pillen. Heiltempo-Chat. Let's go. Jetzt heilen wir schneller. Diary. Dass wir auch immer alles mitnehmen, ne? Dann können wir so ein random Tagebuch einfach mitnehmen. Unterhaltung. Hey, äh... Hast du kurz Zeit? Ja. Ja, wofür? Wofür? Ah, Flug. Dankeschön für dich zu haben im ersten. Wenn du nicht mit mir redest, was soll ich denn sagen? Oder wollte sie jetzt ernsthaft mit mir reden? Wo ist sie? Okay. Okay. Ich... Wollte sagen, dass es mir leid tut. Wegen Tess. Das war's. Ich fang nicht wieder davon an. Okay. Mach dir keine Sorgen um mich. Ja, wie korrekt. Wir sollten nach Bill sehen. Okay. Let's go. Och, nein. Was hab ich gesagt? Da ist der Truck. Ragt aus der Schule raus. Na los. Och, Mann. Zu viele. Da hinten sind einige. Wir müssen leise sein. Wir haben nichts zum Werfen. Woh, Mann. Ja, wie hässlich, Bro. Digga, fuck. Von beiden Seiten. Komm her. Scheiße, jetzt wird's übel. Fuck. Fuck. Wenn ich den bekomme, ist es super. Wo ist er? Nein! Fuck. Nee, jetzt ist es weg, bloß. Fuck. Nee, jetzt ist es weg, bloß. Waren das alle? Rally, lauf, lauf! Oh nein. Ach, sie kam von überall! Scheiße! Das war einfacher als gedacht. Einfach als... Ich bin fast gestorben! Ich bin fast gestorben! Was ist das, Bro? Als ob es jetzt nichts gibt zum Heim. Ich habe auch ehrlich gesagt jetzt gerade keine Lust, das alles abzusuchen. Da liegt eine Leiter auf dem Bus. Hilf mir da hoch, dann hole ich sie! Ansgar! Aufpassen! Hau mich hoch! Sei vorsichtig da! Danke Bill! Also ich kann mich ja gar nicht hochholen. Junge, wie Bill zuerst geht, Junge! Ja. Alles okay. Wir müssen nur zur Motorhaube kommen. Hört ihr das? Sie kommt! Schnell jetzt, Kleine! Okay, wir gehen schnell rein, wir holen uns die Batterie und wir machen, dass wir hier wegkommen. Oh Mist! Die drücken gegen den Zaun hier drüben! Verkommen verschlossen! Er wird nicht halten! Wir müssen da rein, um an die Batterie zu kommen! Na los Bill! Durch das Fenster! Schnell! Jo! Da kommen wir rein! Hör mir nach ihm! Jo! Los komm! Wichtig! Pumpgun-OPs, sag's euch! Bill? Beeil dich, Bill! Oh nein! Willst du jetzt los! Bist du jetzt so weit? Was? Es ist leer! Verdammt! Leute! Wohin? Bill? Wohin? Erstmal weg hier! Wir müssen rausgehen! Es ist einfach leer! Mist! Oh nein! Siehste, schlau. Lass mal bei, warum geht die so lästig? Also. Oh, muss ich da lang? Shit. Fuck. Oh, das war nicht gut. Okay, jalla Habibi. Oh mein Gott. Digga, wie so lange Boote sind, um einen Mars zu laden? Oh mein Gott. Komm her. Kommt her, Junge. Kein Bock auf euch. Kommt her, Junge. Komm. Jetzt kein Bock drauf. Das war nicht knapp, ich hab alles unter Kontrolle. Go. Stark. Oh nein. Das klingt nicht gut. Das klingt gar nicht. Oh mein Gott. Was zur... Was zur Mutter Maria Jesus Johannes Cousin. Was ist das denn? Ein verdammter Bluter. Ein Weiß. Ellie, in Deckung. Ich mach das. Äh, warum mach ich das? Jo. Verdammt, was ist das denn? Ellie hat die Hand davon. Nein. Arrr. Nem. Noh. Komm her, hier, Maracham. Toon. F cents. G journey,. G journey, Jans. You're dead father. Respekt. Warte her, Jungs. Wo sind die zwei Jungs? Digga, wie schnell er ist. Ich muss auf Weitkampf wechseln. Scheiße, hilf mir. Fuck. Ich habe keine Wunschung mehr. Los, deck uns. Ja, Digga. Alter. Was so? Was war das für ein großer Typ? Er ist schon sehr lang infiziert. Wir nennen sie Bloater. Bloater. Ich will keine Bloater mehr. Ich unterbreche nur ungern die Aufklärungsstunde, aber können wir endlich hier weg? Nein. Bitte? Nein, chill kurz. Ich muss mich heilen. Wir haben hier nicht mal irgendwas zum Einsammeln oder so. Wie kacke. So ein starker Gegner und dann nicht zum Einsammeln. Aha. Okay, bisher was. Immerhin. Zum Glück habe ich noch geguckt. Okay, gehen wir, Leute. Okay. Los geht's. Los geht's. Gut, kommt, kommt, kommt. Joel, hinter dir. Verdammte Scheiße. Oh, Scheiße. Okay, okay. Alles gut. Junge, im Vergleich zu dem davor waren die nichts. Und die haben mir nochmal ein bisschen Munition gebracht. Die waren sogar geil. Okay, geschafft. Dann los. Komm hoch hier. Hat der gerade ein Basketball runtergeschmissen? 1v1 oder was? Basketball jetzt? Ich stelle es euch mal vor im Game. 1v1 Basketball erst mal. Wenn wir eh schon hier sind. Oh, da war was. Ach man. Ich habe die Munition nicht bekommen. Ja man, nein. Ich bin hinter dir. Digger, kriegen wir wieder ein bisschen Ruhe bei Nice. Na, das lief ja toll. Das ist nicht die Ruhe, die ich will. Okay, ähm. Ich gehe und sehe mich hier hinten um. Belle. Irgendjemand war schon hier. Mein Zeug ist weg. Okay, und was verdammt ist Plan B? Sei du lieber dankbar, dass du noch atmest. Das hier war Plan A, B, C. Komplett bis Z. Und überhaupt. Sag Tess, sie kann sich den Job ganz tief in ihren. Lass gefälligst, Tess daraus. Ganz tief in ihren. Mein Bruder, Frank. Mein Bruder. Er war mein Partner. Oh shit. Nur ein Volltrüttel wie er würde so ein Hemd tragen. Hart. Hart. Das sind Bisse. Hier. Und. Er. Wollte sich bestimmt nicht verwandeln, also. Ja, scheint so. Hart, Frank Brimmen. Na, scheiß drauf. Dein Freund steht bei der Sack, scheiß drauf. Hm? Schaut mal, Jungs. Das Ding läuft noch. Das ist meine Batterie. Das verdammte Arschloch. Steig aus. Steig aus. Hey, Mann. Die Batterie ist leer, aber die Zellen sind noch okay. Das heißt? Das heißt, wir schieben, wir starten und die Lichtmaschine lädt die Batterie. Und das soll gehen? Hey, du wolltest einen Plan B. Mehr ist eben nicht drin. Hört sich gut an. Was meinst du? Besser als nichts? Ich meine, du fährst und wir schieben. Ja, anscheinend schon, Bro. Soll ich dir sagen. Du solltest das Haus durchsuchen. Hier gibt's bestimmt noch was. Gute Idee. Gute Idee. Sag Bescheid, wenn wir anfangen können. Ich lass es dich wissen. Ich guck jetzt erstmal. Ich hätte jetzt nicht geguckt, hätte es nicht gesagt, Chat. Real Talk W. Bill and... Oh, fünf Tabletten. Wichtig. Ich hätte jetzt echt vergessen gehabt zu schauen. Dass die Zombies aber auch nicht mehr jucken auf der anderen Seite, ne? Echt ein Kackhemd. Well, Bill. Oh nein. Naja. Wir geben es ihm auch nicht. Ganz respektlos. Wir sind wieder vollgeheilt. Wichtig. Digga, wir hätten uns so viel entgehen lassen, ne? Wenn wir jetzt hier nicht geguckt hätten. Wichtiger... Wichtiger Lookaround. Ja, 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 ja. Okay, Bill, dann los. Nein, 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 warte. Oh, wir konnten kurz mit ihm reden. Och nein, wir hätten ihm das sagen sollen. Okay. Leg den ersten Gang ein. Ist schon passiert. Lass den Fuß auf der Kupplung. Und wenn wir dann rollen... Ich weiß. Ich lass sie kommen. Woher willst du? Weißt du was? Mir egal. Versau es nur nicht. Okay, Ellie, halt dich bereit. Jetzt. Jetzt, die Gas. Gas, gib Gas! Gas. Oh, Mist. Es sind zu viele. Ich hab doch gerade mit denen gekämpft. Wir konnten... Das war wohl die Pause dazwischen. Warte, vielleicht war das... Ja, komm. Ja, Mann, naja. Komm, die Scheiß-Wixler. Wo sind die? Nee, hier sind wir aber Feuer. Oh. Oh mein Gott, brö. Oh mein Gott, brö. Ich hab nicht mal komplett nachgeladen. Oh Mist. Willi, mach du mal Welt zu Welt. Okay, das war's. Zurück zum Truck. Wir sind zu langsam. Ja, schimm mal. Wir rollen jetzt sie ab. Wir müssen nur bis zum Hügel. Wir schieben ihn auf die Kuppe. Am Haus vorbei. In rechte Seite. Wie will ich keine wegmachen? Wir müssen uns beeilen. Schieb weiter. Du kannst mir auch mal helfen. Hast mir den Darm versagt. Das weißt du, Joel. Okay, zur anderen Seite. Links. Ach, Mann. Ach, Mann, Chat. Ach, muss ich wieder von Anfang? Ach, ich muss wieder von Anfang. Ach, nee, doch nicht. Trotzdem kacke. Du verdirbst mir den Tag. Du hilfst mir die ganze Zeit nicht. Leute, die andere Seite links. So eine Karin, ne? Dass sie so von der Seite kommt. Ja, dann hilf mir gleich mal. Okay, Andy, halt dich bereit. Da hinten sind noch welche. Tja, jetzt bitte, Ellie. Ach, Mann, sie hat komplett verkackt. Wie hört sich das an? Ja, und die Infektierten hören das auf. Wir müssen in den Tag. Joel, lass es. Wir müssen... Ach, Maldi. Mann. Hier brauchen wir nicht mehr so viel Pump-Munition. Kann ich einsteigen direkt? Digga, das sind zu viele. Wut. Oh, mein Gott, Digga. Der hat mir den Weg versperrt. Sonst wäre ich einfach reingesprungen. Ich kann nicht an ihm vorbei. Nein. Joel, lass es. Wir müssen hier weg. Los, los, los. Los, los. Gib Gas. Oha, mit Schütten. Oha. Okay, das reicht. Stopp. Lass einfach laufen, okay? Wobei kann sie Auto fahren. Die Kleine hat uns fast untergebracht. Du musst zugeben, sie hat sich nicht schlecht geschlagen. Ihr habt keine Chance. Oh, oh. Hier. Was ist das? Um zu glauben, wie viele Autos noch Benzin im Tank haben. Danke. Und Bill, wegen deinem Kumpel vorhin. Das ist echt hart. Und dich, ja. Sind wir quert? Sind wir. Dann verschwindet endlich aus meiner Stadt. Bill ist wieder einer bei The Walking Dead, der alleine leben möchte mit seinem Sohn. Und der dann irgendwann verrückt wird und eine ganze Stadt für sich einfach beansprucht. Bis hier bin ich meine Chat, für die The Walking Dead geguckt haben. Okay. Ich würde sagen, hier machen wir Halt, Chat. Hier machen wir Halt und beenden die Folge von The Last of Us und spielen das nächste Mal wieder im Stream weiter. Es hat echt sehr viel Spaß gemacht. Also das Spiel macht mir sehr viel Spaß. Sehr cooles Spiel gewesen. Alter. Ich bin da. Ja.